Hallo Leute, herzlich willkommen auf dem Kanal StanoGaming und heute spielen wir mal wieder, wie ihr sehen könnt, eine Runde aus Teilen von Legends. Nicht wundern, warum hier schon ein paar Dinger weg sind. Das liegt daran, dass ich das Spiel schon heute gespielt habe, weil ich ein bisschen was vorproduziere. Man kennt es und deswegen musste ich halt, also ich habe das Paket jetzt heute schon zum zweiten Spiel. Egal, müsst ihr nicht wissen, müsst ihr nicht kapieren. Wir müssen das Rennen bewegen, das wird sehr interessant. Wir sehen, ob wir es schaffen. Okay, zack. Wir müssen auf jeden Fall gewinnen, das ist klar. Okay. 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 Wir müssen hier Erster werden. Ah. Das war Kacke. Das war Kacke. Das war Kacke. Wir werden nicht überholen. Wir werden nicht überholen. Wir werden nicht überholen. Danke. Okay. Wir haben es geschafft. Boah, Junge. Wir werden nicht hier. Er ist da. Aber wir haben es geschafft. Weiter. Boah, wir haben aber richtig viel Geld gerade gekriegt, glaube ich. Warum denn so viel? Ne, ich will es nicht ansehen. Ich will es nicht ansehen. Okay. Ich gucke es mir an. Ich will. Oh. Dieses Spiel zwingt einen da drauf zu drücken. Das ist so behindert. Ja, schön. So, einfordern. Ja, das. Ja. Wie viel kann ich hier einfordern, Alter? Haben wir jetzt hier alles eingefordert? Ja. Ja. Schön. Ja. Okay, so. Okay, so. So, jetzt. Perfekt. Äh, kann ich mit dir zurück? Danke. Spielen. So. Okay, weiter geht's. 540. Ich hab den, der hier seit bessern. Ey, warum kann ich den jetzt nicht weitermachen? Ich hab den jetzt geisteskrankt geabgradet. Warte mal. Kann man den hier auch abgewählen? Okay. Zurück. 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 Wir nehmen den hier. Und los geht's. Durch das Eisen. Mhm. Was sollen wir hier machen? Niederzeit. Eine Sekunde. Fahren bis es in drei oder besser. Durchs Ziel. Okay. Sollte machbar sein. Ich bin trotzdem noch so lahm. Obwohl der... Ich bin einfach so. Okay, jetzt. Okay... 4.250 Geld haben wir gekriegt für eure 15 Meter Schockwände und ja habe ich tatsächlich geschafft. Rennziele, ja, ich habe es verstanden, dass es Rennziele gibt. So, gewinnt das Rennen, die Trugzeit 2 Sekunden, ja, das sollten wir auch easy schaffen. Ob wir das Rennen gewinnen, das bezweifle ich. Naja, ich glaube, das würde auch funktionieren. Zum Beispiel, es muss funktionieren. Okay, schon mal 1,15 Sekunden haben wir jetzt hier geschafft. Perfekt, einer ist gegen die Mauer gefahren. 1,10 haben wir geschafft. In der Luft war die Mauer getötet, getötet. Ihr wisst, was ich meine. Na Mist, da komme ich nicht mehr hoch. Macht aber nichts. Aua, komm schnell. Okay, ich glaube, das würde nichts mehr. Wobei. Jetzt wieder aufpassen, wobei. So. Das könnte ganz knapp wahrscheinlich werden. Okay, wir sind über ihn gesprungen. Okay, wir sind erst ab und ab. Wir haben beide Ziele geschafft. Boah, das ist geil. Wie viel kriegen wir? 4.790. Oha. Level 3, geil. Level 3 schmeckt. Wie weit geht es hier hin? Bis 10, oha. Gut, das könnte jetzt dann nicht weitergehen. Äh, wir nehmen wieder den hier. Wir können ja hier eh nichts upgraden, ne? Nö. Wir können gar nichts mehr upgraden. Wir haben ihn full geupgradet praktisch. Fahren, wo sind die 2 oder besser? Durchs Ziel. Okay, jetzt müssen wir einfach nur wieder 2 da sein. Und durchs Ziel natürlich fahren. Das ist auch noch so eine Aufgabe, die wir machen müssen. Boah, was war das? Perfekt. Okay, okay, okay. Okay, okay. Boah, was war das? Ich bin dritter Kerkel. Okay, das müssen wir nochmal machen, oder? Ich muss mal gucken. Ich wäre sogar fast Zweiter geworden. Nein, ich will das jetzt nochmal neu machen. Wir wollen natürlich hier alle Ziele richtig machen. So, rein da. Wir werden jetzt das schaffen. Zurück in San Francisco, natürlich. So. Ja, wir fahren in Position 2 jetzt. Duld, die Medizin. Okay, so, jetzt. Okay, so, jetzt. Okay. Easy geschafft. Guck mal, beim zweiten Anlauf haben wir jetzt das. Ach, erster Platz. Perfekt. Ja, aber warum haben wir denn jetzt so viele auf einmal freigeschaltet? So, weil ich das nicht geschafft habe, oder was? Okay. So. Gehen wir mal hier in das rein. Ja, rein da. Ich muss mal sagen. Wir ändern das Rennen. Okay, hier müssen wir einfach nur das Rennen wenden. Zeit fahren ist das. Okay. Das ist wahrscheinlich, glaube ich, alleine, ne? Kann das? Ich glaube, da ist jetzt niemand anderes dabei. Nur ich. Alleine. Einretten. Und einziehen. So. Okay. So, wir machen hier mal ein bisschen drücken, weil dann sind wir schneller ausgestattet. So. Bam. Yo, da fliegt erstmal ein Helikopter rüber. Bam. Okay, so. Geschafft. Beendet. Okay, Leute. Ich würde auch sagen, das war's mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, ein Abo und einen Kommentar da. Schaut außerdem auf meinem Discord-Server vorbei, der so ein... In dem Video, wie du schon mal verlinkt, aktiviert die Glocke, damit ihr kein Video mehr verpasst. Abends auch mal auf den Tag. Haut rein und euer Sandow. Ciao. 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 Ciao.